Morgen Jungens und Mädels. So, dann ist das jetzt voraussichtlich die letzte Episode. So, alle leben. Achso, ich muss jetzt wieder nochmal das machen. Ja, Moment. Woran ist es gescheitert? An der blöden Puppe, weil du zu lange gekämpft hast. Nur einfach schnell kämpft. Der Kampf dauert einfach so. Ja, dann machst du einfach zack zack zack. Einfach screamen. Achso, dann bist du halt heilen musst. Wie, Bonnie ist weg. Ja, wurde angegriffen und muss gestorben. Ja, scream. Und mit Chica kannst du heilen, aber nicht. Das wird schon wieder nichts. Warte, Foxy, scream. Die Chica muss jetzt Bonnie wiederbelegen. Mit Koffeien, ja. Und in der nächsten Hunde würde ich versuchen, die Tausend-Greif zu halten. Are your friends assed? Ja, das gibt's wahrscheinlich, das kann man nicht lesen. Warte, scream, scream. Was ist das da hinten? Das ist die Ekstase. Ah, okay. Äh, Skill, Pizza Pass. Komm, überlebe es bitte. Wir hätten Garten machen müssen. Scheiße, Freddy ist blind vor allem. Der trifft eh nicht mit seinen Attacken. Mist, achso. Nice. Was sollen wir denn machen? Wir können ja weiter machen. Ja, gib ihm ein Item vielleicht. Ja. 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 Chica. Ja, ich glaube, die Chica hätte jetzt jetzt Foxy besser heilen können. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Shit, hoffentlich. Verlebt das. Ah, gut. Scream, Foxy, Scream. Chica, Skill. Nein! Das hat kein Ding mehr, kein Skill. Er musste, äh, Item geben. Ja, irgendeiner, der schneller ist als Chica. Wer ist denn der Langsamste? Ich glaube... Bonnie? Vielleicht? Weiß ich nicht. Ich würde zu viel Zeit drauf. Fuck, erstmal scream. Bonnie einfach jetzt Item. Soda auf Chica. Ja, das ist nicht. Also Bonnie ist schneller als Freddy und Chica. Anscheinend. Okay, ich glaube, ja, Scream. Scream. Schief, Skill. Ja, Pizza Pass. Okay, wir müssen schneller schenken. Nein! Ja, Chica ist egal, die macht sowieso Skills zu heilen, und dann passt es schon. Los, alle. Scream. Ja, Scream, Scream, los. Weil die musst du Skill machen, oder? Nein, die, die jetzt nicht. Das bringt nichts. Ach, das schaffe ich nicht mehr. Was sind die Moxes, Jungs? Aber Foxy hat gleich Ekstase. Jetzt ist sauerblind. Scheiße. Ja, dann mach äh, Zustand heilen. Ja, normal angreifen. Foxy. Ich hätte jetzt können immer noch was gehen. Nein, weil der kann doch eh nichts machen. Der ist eh am schnellsten. Da muss er sich selber heilen. Mach aber mach schnell. Alter. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen von mir machen. Was passiert, wenn im Kampf die Puppe auftaucht, schauen wir uns eh nicht weiter. Scream. Ein zweiter Gegner. Ach fuck, wir haben kein Present mehr. Ja toll, was machen wir mit der? Warten ein bisschen von selber wieder. Schreif, du kommst zur Puppe nicht mehr. Dann kannst du mal gucken, was passiert, wenn im Kampf die Zeit abläuft. I fucking did it. Eat my shit. Fuck my life. Die rüchert man einfach. Und muss stattdessen die Scheiße machen. Toll, mach einfach. Lass uns sterben, oder? Aber mal gleich. Ja, bitte. Die sind bis zum Beispiel hast du keine Chance. Du machst eine tausend Bämchen, die halten sich mit 5000. Ja, und killt alle mit. Fast alle mit einem Schlag. Okay, wir müssen trainieren, damit wir schneller die Kamera schaffen. Ja. Ja. Ich bin frei. Ja, ich bin frei. Wie Mallemann, ist das dann normal. venth art sm Chick? Das Du müsstest bald wieder Richtung Puppet gehen. Ja, ich überlege gerade. Warte, ich überlege gerade. Ja, du hast recht. Aber eigentlich haben wir voll viel Zeit. Da war Chewbacca. Oh, ich glaube es ist da. Oh, ich wundere, irgendwas hat er da gemacht. Ich habe den Kaffee. Nee, kaum noch Platz. Gott, Mann. Freddy. Schön in den Arsch. So, es geht bei der MS. Soda. Endless Soda. Volle. Huxley ist tot. Huxley ist tot. Shit. Fass, hat er jetzt dazu was gepostet? Toll. Das ist geil. Ich weiß halt nicht, ob die geschützt ist. Diesen. Oder ob es nur der Track von der Kamera ist. Ich warf eigentlich tot. Ach so, deswegen ist es vorbei. Okay. Oh. Ja, da hat sich mit Freddy vielleicht wieder diesen Marsch machen können. Dass der anschläft. Warum ist der sofort tot? Hat er Power hat. Wieso revivest er nicht? Für bei erster Gelegenheit reviven. Ich meine, er hätte jetzt in der Runde jetzt wieder Bondi schon wieder heilen können. Auf. Er macht einen Marsch. Ne, der macht Guard oder? Nein. Wieso? Weil er sonst stirbt. Ich mach das jetzt mal. Der greift normal an. Die macht einen Skill Pizza Pass auf Freddy. Und die macht auch Guard. Wieso bringt das Guard nichts? Was macht denn am Guard? Hm? Was weiß ich? Ja, das kann ich auch nicht mehr, aber das kann ich mit deinem Einfluss nicht mehr. In Final Fantasy fängst du dann mit dem Angriff ab. Ja, Moment. Es gibt bei Final Fantasy den Bodyguard als Skill quasi. Das heißt, wenn einer aus deinem Team angegriffen ist, dann springt der Spieler vor dem und fängt den Angriff ab. Oder du kannst anstelle von einem Angriff oder irgendwas, kannst du auch in Deckung gehen quasi. Dann bleibt er an der Ordnungsstelle stehen und macht in der Runde nichts. Aber wenn er angegriffen wird, dann nimmt er deutlich weniger Damage. Vielleicht hier auch so, dass er weniger einfach nimmt. Also bringt das nichts, wenn du eh schon wenig Leben hast. Dann greift die du an. Aber Freddy stirbt immer sofort. Anscheinend hat er eine Attacke, die Freddy... Los! Soll ich hier bei Bonnie reviden? Ja, ich probier's. Ha! Klasse! Der ist viel zu stark, wir müssen mal lassen. Oh, da hinten steht auch einer. Aha. Zenfuck noch mal. Zenfuck. Dine on my oven baked avian behind, Freddy fuckboy. Mhm. Oven baked avian behind. No. No. Genau. Ja gut. Screen. 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 Ja. So, damit Freddy macht den Skill, dass der schlägt. Und mit Foxy die Geschwindigkeit. Ja. Speech, ja. Ja. Nee, ist nicht so stark. Ich hab noch mal wieder so kaputt. Nochmal, oder? Was? Von Freddy? Ja. Ja. Ich hab's ja gar kein gemacht, oder? Ja. Okay, war's noch gut. Warte auf, den hab ich gemacht, ne? Ich hab jetzt angreifen. Ah, die Schwächerte zieht mir weniger, ne? Ja, die mehr Defensiv. Ist er jetzt schwer gewesen? Ja, ne? Als Schicker. Voll Schicker. Mhm. Ja, warum hab ich denn sonst das Feeding eingesetzt, bis es dir wurscht ist? Falls du was bringt. Ich weiß es nicht. Das ist cool jetzt aber. Ja, wir sind jetzt alle schneller, aber ob jetzt einer schneller ist oder nicht. Ja, das stimmt. Ich schicke jetzt immer noch langsamer. Ah, es misst zweimal. Ja. Oh, die sollten wir vielleicht mal heilen, ne? Ja, kann sie selber heilen. Meinst du, sie überlebt die noch? Ja. Und knapp. Genau. Kriegen die von Bonnie die Skills eigentlich irgendwas? Ich hab nicht die Skills. Von Bonnie weggeknallt. Weggeknallt. Jetzt können wir die Skills nicht mehr angucken. Ja, wir müssen erst bewegen. In your ass. Dann lässt es doch wieder. Macht Chitta, dass es jetzt wieder selber heilt. Nee, erst mal die andere heilen, oder? Nee, erst mal sich selber weiter. Sonst kann die niemanden mehr heilen, wenn die weg ist. Und die weggeknallt wurde. Und jetzt kannst du bei dem die Ding... Ich schau mal die Skills. Hopps on head of enemy. Nee, stun. Das ist vielleicht ein schlechter, dass er gestunnt ist. Ja, und die Kanten ist vor allem schneller. Bitte. Komm. Nein. Okay. Foxy Hand. Scheiße, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Fuck. Nein. Vor allem keiner. Okay. Ja, dann mach eben... Mach Pizza-Ding. Ich mach mit Pizza die anderen heilen. Statt mit dem Skill. Bonnie. Item. Du hast doch extra large Pizza gekauft extra. Foxy. Ja. Oh Gott. Oh Gott, wir schauen sich auf eine Seite. Da ist er. Ja. Ja. Angreifen. Angreifen. Los angreifen. Alles was geht jetzt. Komm, das muss doch jetzt klappen. Alles angreifen was geht. Komm jetzt mach einfach kaputt. Haha. Das war schon mal mit. Wir sind noch nicht stark genug. Haha. Oh nein. Bring mit. Wir müssen noch mehr trainieren. Das kann nicht sein, dass wir so viele Parts haben. Oh Mann. Ja, dafür macht das Spiel wenigstens einigermaßen Spaß. Ja. Sag mal wie viel Spaß. Wie Five Nights 2 oder 3. Das 3 war okay. Also gut. Was war beim 3 nochmal? Das war mit den Wends, wo der dann immer durch die Wends gekommen ist und musst du sealen. Ja, das fand ich aber nicht so geil. Ich kann dir einen Kommentar schreiben, wenn du eine andere Meinung soll. Haha. Bis dann. Ciao. Ciao.